Herzlich Willkommen bei K2 Systems. Sag mal Katharina, wer sind wir eigentlich? Sie kennen uns als Hersteller für Montagesysteme, vor allem als Aufdachexperten. Hier in Renningen am Hauptsitz von K2 Systems in Deutschland entwickeln und vertreiben wir innovative Montagesysteme für die Dächer dieser Welt. Mit vielen Handelspartnern und Niederlassungen weltweit sind wir in ihrer Nähe. Als K2, 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 Everest, USA, K2, Afrika, Everest, Mexico, K2, 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 K2. Stefan, zahlen bitte! Unsere Systeme sind mit über 20 Gigawatt installierter Leistung in über 130 Ländern im Einsatz. Damit haben wir mehr als 60 Millionen Solarmodule befestigt. Wir unterstützen Sie in Ihrem Wachstum durch den schnellen Ausbau von Produktionskapazitäten und die zuverlässige Bereitstellung von exponentiell wachsenden Mengen. Aktuell liefern wir mehr als 500 Megawatt Unterkonstruktion pro Monat aus. Wir möchten, dass Sie es einfach haben. Den Kunden im Fokus, die Prozesse im Blick, das Management Lean. Ganz nach unserem Leitgedanken. We keep it simple. For you. Planen Sie Ihre Anlage jederzeit mit unserem Online-Tool BaseOn. Dort steht Ihnen unser gesamtes Portfolio zur Verfügung und den statischen Nachweis gibt es gleich dazu. Das Beste daran, es kostet nix. Und falls es doch mal komplizierter wird, schicken Sie uns Ihre Projektanfrage. Wir beraten Sie, finden die passende Lösung und machen Ihnen ein transparentes Angebot. Sie wollen uns besser kennenlernen? Wir kommen auch direkt bei Ihnen vorbei und zeigen Ihnen unsere Produkte. Beraten Sie auf der Baustelle, schulen auf Wunsch Ihre Kunden und kümmern uns um Ihre Bedürfnisse. Wir versenden Ihre Ware schnell. Und sollte mal etwas schiefgehen, kümmert sich unser After Sales schnell und unkompliziert darum. Sie wissen bei der Montage nicht weiter? Dann schauen Sie uns auf YouTube über die Schulter. Zudem finden Sie sämtliche Einleitungen und Broschüren auch auf unserer Website und in der K2-App. Unsere Komponenten sind aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl gefertigt und nach internationalen Standards zertifiziert. We keep it simple. Das gilt auch für unsere Produkte. Durch unser Baukastensystem sind Sie untereinander kompatibel. So sparen Sie sich Transportkosten, Lagerplätze und Sie haben weniger Organisationsaufwand. Auch unsere Stammkundschaft weiss das zu schätzen. Das kann ich bestätigen. Wir schaffen seit 2010 erfolgreich zusammen. Wenn beispielsweise die Standardlösung nicht reicht, hat K2 immer ein Ordnungsohr und kann auch individuelle Lösungen anbieten. Wir sind Ihr starker Geschäftspartner und kümmern uns schnell und kompetent um Ihre Fragen. Wir handeln zuverlässig und sorgen für schnelle Verfügbarkeiten. Sie sind neugierig geworden? Dann rufen Sie uns direkt an. K2-App. 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 K2-App.